So ihr Lieben, heute mache ich euch mal ein nachträgliches Intro hier fertig. Und zwar hatten wir im Oktober wieder Bandpool-Wochenende. Ich habe euch mitgenommen. Wir starten jetzt mit dem Tag vor dem Bandpool. Als der Nachtwandel in Mannheim war, da habe ich euch ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen von den Konzerten. Also viel Spaß beim Zuschauen. Hey! 20. Generation, wo seid ihr? Hallo, mein Name ist Laura Lato und ich freue mich immer noch, diesen Instagram-Takeover mit euch durchzuführen. Wir haben noch zwei Bands für euch. Heute Abend Provinz. Mein Gott, ich bin sowas von aufgeregt. Gleich spielen Provinz, die laufen hier schon hinter mir her. Also nein, das ist schon nicht. Heute Abend ist schon weit fortgeschritten und ich würde sagen, wir haben schon viele geile Bands gesehen. Es folgen noch zwei Provinz und ein Secret Act. Paul, wie siehst du das? Jetzt mach mal die Scheiße hier auf. Tippi-Toppi. Wie die Stimmung das Provinz. Leon, Leon, Leon. Geil. Wir haben schon viel geiles gesehen. Was denkst du, was kommt jetzt? Das ist doch echt beschissend. Wir sind hier wieder beim Bandpool-Wochenende an der Pop Academy in Mannheim. Und die ganzen Balls sind hier schon wieder versammelt. Wir haben gerade Pause. Gleich geht es weiter mit dem nächsten Workshop. Tschüss. Und ja, wir sind gut drauf, oder? Ja, toll. Ja, cool. Mittagspause. So, hier ist jetzt nicht nur Mittagspause, sondern auch Raucherpause. Und wir haben hier festgestellt, dass hier am Neckar irgendwie heute Angeltag ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Hier angeln einfach die Lotte. Aber auch alle. Ist das irgendwie so ein Angelclub vielleicht? Ja, sicher. Das ist sehr schön. So, wir haben gerade hier vom Bandpool Päuschen und Luca und ich haben uns einen Proberaum geschnappt und schreiben gerade einen Song. Und ich würde sagen, bislang Hit. Okay, Leute. Das wird jetzt hier scheinbar der Running Gag. Wie kann man denn die ganze Zeit einfach diese Up-Mod vergessen? Bei jedem Vlog. Verdammt. Ich bin da meistens dann schon so im Flow an dem Tag und dann filme ich zwar die ganze Zeit, aber wenn dann der Tag vorbei ist, vergesse ich quasi, mich nochmal zu verabschieden. Es tut mir leid. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Einblick in das Bandpool-Wochenende hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und einen lieben Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dafür solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonniert haben. Und ja, let me know what you think. Bis zum nächsten Mal.